In diesem Video holen wir uns drei verschiedene Dings, also es wird ein riesen großes Opening, also bleibt doch mal dran, ist wir sparen. Ja, wir laden jetzt erstmal Jams auf, lasst auf jeden Fall ein Like da. So Freunde, 150 Cems sind schon mal am Start hier, so, 2000 Gelb, können wir gleich wieder richtig abgeben, und die erste Megabox, sechs verbleibende, ziehen wir heute ein Legendär an, schreibt es mir jetzt in den Kommentaren. Und schreibt mir 48 Colette, Jackie und, in drei Sekunden öffnen wir es, schreibt mir euren Tablet hinter, drei, zwei, eins, wir ziehen das erste Stoogadget, ja, Echt, man, in der ersten Box, zweite Megabox auch schon, so verbleiben wollen, aber nie, Moritz, das Gängel, Tick, und noch was für Böhrer. Und letzte Megabox in diesem Angebot, noch bleibt ein paar bleibende, das Angebot hat überhaupt nicht gegeben, Leute. Und noch mal die Eins, bling, genau, ein Böhrer. Jo Freunde, das war's auch schon, ich zeige euch nur kurz, was wir jetzt filmen wollen, mein Gadget ist jetzt, wir freuen uns, du. Wir holen uns das nächste Angebot, wir sehen uns gleich. So Freunde, 100 Gems wieder mal am Start, perfekt, 2300 Euro nochmal, und die erste Megabox, sieben, das könnten wir haben, sechs, Chenin, äh, und zwei Legendärge, wenn wir noch jetzt mal sind, oder? Und, Gadget, und, so, perfekt, echt aufgedrückt, noch Gadget, aber es gönnen wir auf die vor, das war Gadget ist immer ganz gut. Und direkt sechs verbleibende hinterher, Freunde, wir ziehen so langsam alle Gadgets weg. Schreibt mir jetzt euren Tipp in die Kommentare, was wir ziehen werden, und noch, wen hat das Gadget, mann. Und, nächste Megabox, sechs verbleibende, Mann, jetzt aber legendären, schreibt mir in den Klickzahlen, ob wir in diesem Video noch einen legendären sehen, zwei oder drei, drei, wir öffnen uns in drei Sekunden, drei, zwei, eins. Ach, Mann, behinderte Starpower. Und jetzt kommen wir auf den vierten Megabox, fünf verbleibende, Genie, Jessie, Dunamike, Surge, und Byron, perfekt, Freunde. Und nochmal fünf verbleibende, Digga, Mann, Sue, Pieper, Frank, Jo, Freunde, und letzte Megabox auch im Deven-Angebot jetzt. Sechs nochmal zum Abschluss, perfekt, Mann, Frank, Harald, Sprout, und die Eins, Blink, schreibt mir jetzt um, was wir ziehen, 3, 2, 1, Mann! Wieder Leute, wir nerven, so, wir haben geladen, wieder, und es ist auch noch das letzte Angebot, bleibt das. Freunde, 250 Gems wieder am Start, wir holen uns gleich auch einen coolen Skin. Ja, und nochmal 8400 Gems, hab ich gar nicht begonnen, das ist so, wie jetzt fehlt. Und die erste Megabox überbleibende, Nani, Frank, Gale, und das Spiel, George. Und sechs verbleibende, Via, Mann, und wenn wir jetzt Camp Roller ziehen, dann rast ich aus, glaub mir. Schwack mir jetzt im Namen, was wir ziehen, ich sag's auch mal wieder, oh, 3, 2, 1, Go! Catch it! Und die nächste Box ist am Start. Die verbleibende, ja, hätte Freunde oder so, ne? Next, dritte Megabox ist auch am Start. Sechs verbleibende, endlich, Mann! So, Sprout, du, noch ein, und die 1 blinkt wieder. Wir können Buds fast auf Star Power machen, das wär ja auch ein IC. Schreib mir mal hier in die Kommentare, was Buds an Star Power ist, ich hab keinen Plan. Und noch ein Redshift gezogen. Und 3, 2, 1, weiter geht's. Sechs verbleibende, Mann! Wenn wir jetzt, so langsam müssen wir doch mal einen Legendären ziehen, Mann. Ich hab so viel Geld jetzt im Spiel investiert, jetzt muss der Legendäre am Start sein. 3, 2, 1, Go! Und nächste Beakerbox, schreib mir jetzt in die Kommentare, was wir ziehen werden. Erstmal 6er bleiben müssen. Oh, Riko? Und Surge? Kannst du Surge auf Star Power machen? Nee, noch nicht. Jetzt, schreib mir in die Kommentare, was wir ziehen, ob wir jetzt endlich diesen verdammten Legendären... Man! Immer nur diese behinderten Gadgets, Mann. Die Nerven so übelst. Und 5er bleibt, äh, das kann man nicht angehen, Mann. Freunde der Sonne. Wann ziehen wir unseren ersten? Legende haben wir jetzt noch jeden Fall nicht. Wir können hier mal ganz schnell weiter. Wirf, 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 Riko, Pi. Und, der Tag geht's! Wieder 5, Mann! Wann kommt denn endlich unser erster Legendärer? Ich glaub, wir sind jetzt bei der achten oder neunten Box. Zum Verbleibende. Und ein bisschen bisschen schöner Mike und nochmal ein verbreitender Doni, 400, sogar von 6. Und! Digga, 1x6 und 1 Legende, das wär so geil. Und! Ja, Mann, der Geld gar nicht mehr. Mach, ich hab' den Blumen auf Bielen weiter. Und das war's, Freunde. Wir sind jetzt bei 17.000 Geld. Aber kein Legendären. Wir müssen nach wie vor warten. Wir können uns nochmal ein behinderten Passkins leisten. Einmal den Snooze-Doo. Und noch einmal den Sprout-Skin. Tropischer Sprout. Und wollen wir uns noch den Romantica kaufen? Oder wir können den, der dritte von den ganzen, auch nochmal kurz kaufen. Der behinderte Poco-Skin. Sieht für mich hässlich aus, aber Kopf hoch. Und nochmal den Romantica, den Lüder, mich stark. Stark! Ja, Freunde, die anderen beiden Skins feiere ich jetzt nicht so auf. Die sind jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, das ist mir das Geilste. Und das ist auch noch nah. Jetzt, Freunde, jetzt haben wir irgendwann mal ein paar Skins gekauft. Sind wieder ganz gut aufgerastet, so mit Skins. So, jetzt zeigen wir euch, zeige ich euch mal so, was wir so alles gezogen haben. Auf jeden Fall können wir Shandy auf Star Power machen. Mieter auf Star Power. Wir haben nur noch 17.000 Geld. Darf ich mal kurz den Scrooge abziehen? So, Freunde, weiter geht's. Ich zeige euch nochmal so, was hat mir noch so gezogen. Ein behindertes Gadget von mir. Schauen wir, was wir noch so gezogen haben. Tick können wir auch noch abgedritten. Ich bin auch so. Both, zweites Gadget. Work Zoom findet ihr nicht auch. Ja, nochmal was für Ticks. Du können wir abgedritten. Habe ich aber nicht so. Blablabla. Können wir noch so, wenn wir auf Star Power machen? Ja, was haben wir noch so gezogen? Wir machen ja gerade einen Star Power. Einen Slim. Ja, Freunde, das sind dort letztes Mal 8 Verbleibende gezogen. Das heißt, die Fallen tatsächlich gibt es. Einen sind immer das Gadget von E. Rift können wir mal hochupgraden. Und dann. Tara. Wir haben beide, wenn wir so weiter machen, ein Free-to-Play. Free-to-Play. Pay-to-Win. Und Fire-to-Play kann hier mal ein bisschen hochmaxen. Und Gail auf Gadget. Muss jetzt mal kurz aufpassen. Nicht, dass wir zu viel upgeben. Wir warten. Ich warte nur, ich jetzt so lange, bis ich einen Silberskin hier rumgefangen kann. Und noch irgendjemanden können wir auf 800 upgraden. Und Bell. Und wenn wir, ja. Nochmal Bell. Und noch irgendjemanden auf 8 Länder. Wir machen das am besten direkt mit 2-9. So, 2 können wir jetzt auch bald auf Star Power machen. Ja, nochmal ein Tick-Gadget haben wir gezogen. Und die hast du in den 5-9. Das war's jetzt auch jetzt noch ein paar Updates. Ja, dieses Gadget von Ihnen haben wir noch gezogen. Beide sogar. Ja, Gönnt hat Supercell hat gegönnt. Und was haben wir noch so gezogen? Irgendeine Scheiße haben wir dann noch gezogen. Welches Gadget habe ich jetzt alles gelassen? Ach, das Warps-Gadget. Das schlechte, natürlich. Natürlich das schlechte, warum auch nicht, Mann. Erstmal dran, Kamera wieder gewöhnen. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like da. Abnehmt den Kanal. Aktiviert die kleinen Glaubwinn schon. Und dann ziehen wir jetzt den Sachen hier nochmal kurz. So, nochmal das Gestool. Und dann warten wir auf den Silberskin. Ich meld mich, wenn wir den Silberskin gezogen haben. Ja, noch 798. Wir können nochmal Bell upgraden, soweit ich weiß. Haben wir den abgebildet? Ja. Ja, also, Freunde. Ich hoffe, ihr habt dieses Video gefallen. Lasst ein Like da. Abnehmt den Kanal. Aktiviert die kleine Glocke. Schreibt nach für den Algorithmus. Ja, ich meld mich, wann wir das nächste Akronomie machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.